Ja, heute soll es nochmal um die Sozialraumtheorie von Pierre Bourdieu gehen. Ich habe da ja schon mal ein Video zu den Kapitalarten gemacht, allerdings steht das natürlich so ein bisschen so für sich allein. Und das ist eigentlich ein interessantes Thema, weil es ganz gut zeigt, wie so Unterschiede in unseren Verhaltensweisen in der Gesellschaft zustande kommen. Deswegen versuche ich heute nochmal diese Sozialraumtheorie zumindest in den Grundzügen mal zusammenzufassen. Grundlegend für das Ganze ist halt dieser Kapitalbegriff, den ich schon mal versucht habe zu erläutern. Ich mache das hier nochmal kurz und zwar ist es ein wesentlicher Punkt bei Bourdieu, dass er nicht vom klassischen wirtschaftswissenschaftlichen Kapitalbegriff ausgeht, der sich rein auf den Warenaustausch beschränkt, sondern es für ihn drei grundlegende Formen von Kapital gibt. Das ökonomische Kapital, das kulturelle Kapital und das soziale Kapital. Ja, das ökonomische Kapital ist im Grunde das, was halt im wirtschaftlichen Verständnis als Kapital bezeichnet wird. Also alles, alle Güter, die unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar sind. Das kulturelle Kapital schlüsselt er nochmal in drei Unterkategorien auf. Einmal in das inkorporierte Kulturkapital. Das kann quasi als Bildung verstanden werden, wird durch einen Verinnerlichungsprozess erworben und das Körper gewunden. Ja, und da es erst verinnerlicht werden muss, dauert seine Anhäufe natürlich auch Zeit und das kann auch nicht delegiert werden. Das kann also nicht kurzfristig weitergegeben werden. So, das objektivierte Kulturkapital, das ist im Gegensatz zum inkorporierten Kulturkapital sehr wohl materiell übertragbar. Also zumindest über seine materiellen Träger, wozu aber wieder ökonomisches Kapital notwendig ist. Objektiviertes Kulturkapital sind also kulturelle Güter. Gibt aber einen Knackpunkt dabei, denn zu seiner vollständigen Aneignung, also des Erkennen des Wertes eines Gegenstandes und die Fähigkeit, den auch genießen zu können, setzt natürlich kulturelle Fähigkeiten voraus. Also inkorporiertes Kulturkapital. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ein Gemälde, zu dessen Genuss und Wertschätzung ein gewisses kunstgeschichtliches Wissen vorhanden sein sollte oder muss. Ja, und schlussendlich die dritte Form des Kulturkapitals ist das institutionalisierte Kulturkapital. Dabei handelt es sich um Titel und Zertifikate, die erworbenes inkorporiertes Kulturkapital offiziell anerkennen. Also zum Beispiel Zeugnisse und so weiter, die kulturelle Kompetenzen nachweisen. Aber auch das setzt ökonomisches Kapital voraus, weil zum Beispiel ein Studium oft auch viel Geld kostet. Ja, und als dritte grundlegende Kapitalart nennt Bourdieu noch das soziale Kapital. Das beruht auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ja, und die Menge, also der Umfang dieses Kapitals ergibt sich hierbei zum einen aus der Ausdehnung des Netzes tatsächlich mobilisierbarer sozialer Beziehung und zum anderen aus der Menge des Kapitals, das die entsprechenden Personen besitzen, zu denen diese Beziehung besteht. Ja, soviel zum Kapitalverständnis von Bourdieu. Nur also zur Frage, was das Ganze mit dem sozialen Raum zu tun hat und was das eigentlich ist. Also, nach Bourdieu lässt sich die soziale Welt nun als ein mehrdimensionaler Raum darstellen, in dem sich jedes Individuum abhängig von seiner Kapitalausstattung irgendwo verorten lässt. Entscheidend dafür, wo eine Person in diesem sozialen Raum steht, ist dabei zum einen der Gesamtumfang des Kapitals und auch dessen Zusammensetzung, also in welchem Verhältnis kulturelles und ökonomisches Kapital vorhanden ist. Wenn man diesen sozialen Raum nun so als eine Art Koordinatensystem darstellt, wie man das hier sieht, würde der Gesamtumfang des Kapitals der Y-Achse und die Zusammensetzung des Kapitals der X-Achse entsprechen. Je nachdem, wie viel und was für Kapital bei einer Person dann verfügbar ist, je nachdem befindet sich nun jedes Individuum von einer bestimmten Position in diesem sozialen Raum. Was bedeutet das? Je nach verfügbarem Kapital und der damit verbundenen Position in diesem Koordinatensystem, dem sozialen Raum, bildet jedes Individuum nun einen spezifischen Habitus aus. Was ist ein Habitus? Ein Habitus ist nach der Definition von Bourdieu so ein erworbenes System von Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata. Diese Aneignung geschieht aber nicht bewusst, weshalb sie auch nicht aktiv beeinflusst werden kann. So werden dann Gewohnheiten des Umfeldes übernommen, die einen wie Individuum dazu veranlassen, in ähnlichen Situationen gemäß übernommener Muster zu handeln. Ja, aufgrund dieser erworbener Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata bildet das Individuum dann also einen charakteristischen Handlungs- und Lebensstil aus, der sich dann durch alle Lebensbereiche zieht und zum Beispiel in Aspekten wie Wohnungseinrichtung, Körperhaltung, Vorlieben für bestimmte Nahrungsmittel usw. zum Ausdruck kommt. So, und da Individuen, die nahe beieinander liegende Positionen im sozialen Raum einnehmen, aufgrund ihrer ähnlichen Kapitalausstattung auch einen ähnlichen Habitus erwerben, kann jede Position im sozialen Raum auch mit einem bestimmten Lebensstil assoziiert werden. Bourdieu spricht daher auch von einem Raum der Lebensstile. Ja, und da kommen wir auch schon zu einem relativ umstrittenen Punkt in der Bourdieuischen Theorie, den sozialen Klassen. Denn nach Bourdieu ist es nun so, dass alle Akteure, die in diesem Raum eine ähnliche Position einnehmen, also eine ähnliche Kapitalausstattung besitzen, daher auch einen spezifischen Habitus- und Lebensstil ausbilden und somit drei grundlegende Klassen bilden. Die existieren nur theoretisch, also es ist keine reale, kampfbereite Gruppe, aber halt eine Gruppe mit ähnlichen politisch-ideologischen Positionen, praktischen Fähigkeiten, Interessen usw. Als erste soziale Klasse nennt Bourdieu dabei die herrschende Klasse, die eine große Menge an Gesamtkapital verfügt, also im sozialen Raum ganz oben zu finden ist. Idealtypisch, also ein Unternehmer mit viel ökonomischem Kapital auf der einen Seite ganz oben und auf der anderen Seite ein Intellektueller mit viel kulturellem Kapital. In der Mitte des sozialen Raums, also mit durchschnittlich viel Kapital ausgestattet, ist die Mittelklasse und ganz unten die dritte Klasse, nach Bourdieu auch die Klasse der Beherrschten oder auch die Volksklasse, in der nur ganz wenig Gesamtkapital vorhanden ist. Ja, und wie beschrieben, durch Kapitalausstattung usw. haben die Angehörige jeder Klasse ihren eigenen Lebensstil. Es wird unterschiedliche Musik gehört, politische Ansichten vertreten usw. Das erklärt dann ganz gut, warum wir oft einen Menschen sehen, nur äußerlich oder hören, wie er spricht, andere Aspekte von ihm wahrnehmen, aber gleich auf ganz viel anderes schließen können, also ob derjenige eher Oper hört oder eher Volksmusik. Ja, wichtiger Mechanismus, der hierbei wirkt, ist derjenige, dass die Akteure der einzelnen Klassen immer versuchen, in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen, also sie eifern denen nach, in der Klasse darüber sind. Besonders ausgeprägt ist das in der mittleren Klasse, die immer versucht, in die oberste Klasse aufzusteigen und deren Vorlieben und deren Geschmack sie nacheifert. Naja, und da die Angehörigen der herrschenden Klasse sich von den Klassen unter ihnen abgrenzen wollen, entwickeln sie halt immer wieder eine Kultur, die für die Angehörigen der unteren Klassen nicht erreichbar ist. Das können bestimmte Sportarten, ein Kleidungsstil oder irgendwie sowas sein. Sollte die mittlere Klasse sich diese Kulturform dann doch aneignen, wird die herrschende Klasse sich einfach neue Dinge suchen, um sich abzugrenzen. Das ist ein Vorgang, den man Distinktion nennt. Ja, soviel dazu. Ich hoffe, man konnte die Eckpunkte von dem Ganzen verstehen. Und mich würde interessieren, was ihr jetzt davon denkt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.